Guten Morgen, gelesen, gelacht, geklaut, der Orgasmus eines Schweins dauert 30 Minuten, oh mein Gott, eine Küchenschabe lebt ohne Kopf noch 9 Tage, bevor sie verhungert, gruselig, ich habe das mit dem Schwein noch nicht ganz verarbeitet, eine männliche Gottesanbeterin kann sich nicht paaren, während sein Kopf noch mit seinem Körper verbunden ist, das Weibchen leitet den Sex ein, indem sie den Kopf des Männchens abbeißt, ein Floh kann das 350-fache seiner Körperlänge springen, das ist so als ob ein Mensch die Länge eines Fußballfeldes springen kann, manche Löwen paaren sich mehr als 50 Mal am Tag, ich kann das mit dem Schwein immer noch nicht glauben, Qualität über Quantität, Schmetterlinge schmecken mit ihren Füssen, etwas, was ich schon immer wissen wollte, Elefanten sind die einzigen Tiere, die nicht springen können, okay, das ist auch gut so, der Urin einer Katze leuchtet unter Schwarzlicht, ich frage mich, wie viel die Regierung ausgegeben hat, um das herauszukriegen, das Auge eines Vogelstrauß ist größer als sein Hirn, ich kenne einige solche Leute, Seesterne haben kein Hirn, solche Leute kenne ich auch, Menschen und Delfin sind die einzigen Gattungen, die Sex zum Vergnügen haben, was ist mit dem Schwein, wissen die Delfin von dem Schwein, jetzt, da du mindestens einmal gelächelt hast, ist es an dir, diese verrückten Tatsachen in Umlauf zu bringen und, Gott ich liebe das Schwein.